Die Genies von Skorpion Oh, du hast ja ein neues Spielzeug. Nein, kein Spielzeug. Die Super-Fungal-Figur. Sind zurück. Es war ein Spielzeug. Jetzt ist es eine Waffe. Was? Nichts. Fliegen. Die Funken. Langweilig. Ich will jetzt wissen, was das für ein Fall ist. Weilen wir auch. Damit eins klar ist. Wir erwarten einen Feuerball, eine Druckwelle und einen nuklearen Fallout. Zehn Millionen Menschenleben hängen von diesem Team ab. Das heißt, Fehler machen ist keine Option. Hände hoch! Herzlich willkommen zurück bei Skorpion.